Alter, ein Oregon-Schmorgen-Geist hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr. Eine geile Runde Oregon-Chat hatten wir schon lange nicht mehr. Holy shit. Oder mein Zimmer schaut so aus, ne? Karton, 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 Beton, Karton. Warte, so. Hey. Du klau meine Jobs. Du klau meine Jobs, Junge. Ryan Ross hat die ganze Zeit mit Luisa geflirtet und hat nicht mehr ihre Nummer klargemacht, oder was? Kann nicht sein, Junge. Give this man some risks. Uh, 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 uh. Ja, er will, er will wirklich nicht. Noch mal. Junge, er heißt Tschüss ist rückwärts. Guys. Mit dem Kopf durch die Wand. Klingt gut. Was hast du gut? Hab Nuggets und Koken gemacht. Und kleinen Salat. Was für ein Salat, Alter. Was ist euer Lieblingssalat? Zeige euch, wie es ist. So ein richtig einfach nur Salat. Ne, also straighter einfach nur so ein, wie heißt das? Eisbergsalat und noch so ein bisschen Salz, Pfeffer und noch so eine Öl, Essig-Öl-Sauce. Ist geil. Boah. Das ist ein Schmeck auf Fetzen, Alter. Salat aus Salat. Ach komm, scheiße. Also ich werde auf jeden Fall ein Frickle hier bekommen. Chat, ist halt hier Rucola-Fan? Ricola. Boah, es gibt ja Leute, die hauen das massenhaft auf die Pizza, ne? Was war mit ihm? Ist ja irgendwie so, ich habe mir fast daran mitgegeben, ne? Einer Split. Hä? Bruder, da ist ein Gegner! Er sagt, ich heal dich, Bruder. Er sagt, er healt mich, Bro, da ist ein Gegner in der Nähe. Schieß da was auf, ey. Er dachte, es ist witzig, ist nicht witzig, wird gebannt. Kann sich aber entwandeln lassen. Easy. Geld regiert die Welt, sage ich immer. Und Keto. Wie denkst du, wie denkst du, kann ich den Erwärtskalender für euch finanzieren? Denkt ihr, das mache ich aus meiner eigenen Tasche? Ja? Aber das Geld muss ja irgendwo herkommen. Irgendwas, die Drohnen, Till. Schau, Skirurg. Pass auf. Ich sitze direkt bei der Tür bei dem Enfuser. Bei der Tür längst direkt. Das ist der Jäger, so auch hier. Ich schau. Das ist der Jäger. Ich habe noch mehr als genug Zeit, ich gehe noch nach der Runde. Ich habe noch mehr als genug Zeit, ich gehe noch nach der Tür. Ich glaube, du bist so gut, crazy. Okay, du kannst dir vorstellen, Streaming mal Hauptruflich zu machen. Safe, safe, hundertprozentig. Hundertprozentig, aber ist halt noch ein weiter Weg. Ich brauche noch ein paar mehr Partner, die mir tatsächlich Geld geben. Aber erst Ausbildung zu machen. Ja, meine Ausbildung ist quasi. Fulltime Streaming wäre krass. Aber, naja. Ist immer noch so ein kleiner Traum, ne? Ich habe noch keine Antwort bekommen. Von allen Leuten, die ich angeschrieben habe. Von allen Firmen. Ich habe noch keine Antwort leider bekommen. Ist ein bisschen sad. Hey, Kuss geht raus, Bro. Sorry. Wir haben jetzt nicht geschafft, Blut zu taken. Obwohl das... Was passiert jetzt, Chat? Ach, du Scheiße. Das ist mal einfach nicht schießen, wenn jemand vor dir steht. Oh, okay. Okay. Alter, das ist ein Master. Oder Trophäe, erst mal mein. Was war denn? Babykits. Oh, Kits. Oh, 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 oh. War einfach Raid Shadow Legends. Ja, ja, die haben mich auch schon angeschrieben. Easy Taschen, Geld. Nein, dazu müsste ich onstream Raid Shadow Legends spielen, Bruder. Versuch's mal mit Raid Shadow Legends witzigen Content zu machen, Bruder. Das ist geisteskrank langweilig. Boah, es ist mit Rainbow schon verdammt schwer. Und hast du noch nicht Raid Shadow Legends spielten, oder was? Oder? Safe. Jo, Jungs, jetzt hier. Jetzt haben wir Oga. Den, den Herrscher der Oga, Junge. Und die hast du gar nicht noch richtig reingefickt, Alter. Ich mag deine Erstellung, wenn du irgendwann Werbung machst. Dann wissen wir wenigstens, dass es ehrliche Werbung ist. Ja, safe. Ich meine, guck mal, ich glaube... Was habe ich bis jetzt Werbung gemacht? Ich glaube, MMOGA habe ich gemacht. Weil ich, ähm, halt da auch meine Games, äh... Zock, hol mal ich. Nee, nee, kein Disco, Bro. Ähm, dann... Äh, Soku. Aber Soku Mousebit habe ich auch sehr, sehr lang benutzt. Aber weil ich es auch wirklich geil fand. Bei Lando. In Solar Rippled. Oh, das ist der. Oh, das ist der. Andere Lando. Andere Lando. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Das ist noch ein Mobilen. Hä? Ja, toll. Ja, komm, da ist Solar, bitte. So, das war unten. Noch irgendwo. So, das war von unten. Auf dem Bett, bitte. Wo? Also, ich weiß nicht, ne? Manchmal mit dem Recall ist schon weird. Manchmal geht's, manchmal nicht. Ich check's nicht. Ja, na guter Pick. Ich check's nicht. Pillar. Ist der Banner? Äh. Kann's euch planen. Oh, ich muss rechts vom Bridge. Im Ruf. Aber nein. Kannst du auf dem Plan gehen. Kannst du auf dem Plan gehen. Plan da einfach, Bro. Das ist die Konstruktion. Hu 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 hua hua hua. Oder er piekt. Hu 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 hua hua. Ich denke der hat ihn auch ja. Warte. Bro hat man eben den wichtigsten Operator von ihm weggeworfen. WTF? Auch wieder mehrere Headshots gepankt. Der Arzt ja ne. Kann brechen die eine Seite. Alright. Touch mal hier. Oh, Headshots auf. Jesus Christ. Oh. 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 Der hat den Recall gerade eben nicht. Der fragt ihn einfach nicht. Digga, fast die 20 Bomben. Bis zum nächsten Mal.